Seid gegrüßt, ihr lieben Geburtstagskinder, die vom 5.12. bis 11.12.2016 ihren Geburtstag feiern. Ich gratuliere von ganzem Herzen. Wollt ihr noch mehr wissen, was euch das neue Jahr noch Schönes bringt, dann ruft mich an oder kontaktiert unseren Top-Astrologen. Doch jetzt hört euch erst einmal die Vorschau in Kurzform an. Es wird für dich vieles leichter in deinem nächsten Lebensjahr. Die Hände in den Schoß legen? Nein, das wirst du nicht machen. Um dir deine Wünsche zu erfüllen, musst du nicht so viel Energie aufbringen. Ja, du fühlst dich so richtig wohl und verstehst es, deine Wünsche und Momente zu genießen. Denn du hast den nötigen Ehrgeiz und die Ausdauer. Du lässt so lange nicht locker, bis du deine Ziele erreicht hast. Und das ist positiv. Doch du musst auch aufpassen und dir die nötigen Pausen geben. Auch deine Kräfte sind nicht unbegrenzt. Das Geschenk der Sterne für dich ist positive Entwicklungen, Ehrgeiz und Selbstvertrauen. Deine Affirmation für dein neues Lebensjahr ist, für meine Leistungen verdiene ich auch Anerkennung. Ich wünsche euch alles, alles Gute für das neue Lebensjahr. Glück, Erfolg und Gesundheit. Mit allen guten Wünschen in Liebe, Derea. Glück, Erfolg und Gesundheit. Glück, Erfolg und Gesundheit.